Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Märchen der Gebrüder Grimm Das Märchen vom Schlaraffenland In der Schlaraffenzeit, da ging ich und sah, an einem kleinen Seidenfaden hing Rom und der Lateran. Und ein fußloser Mann, der überlief ein schnelles Pferd, und ein bitterscharfes Schwert, das durchhieb eine Brücke. Da sah ich einen jungen Esel mit einer silbernen Nase, der jagte hinter zwei schnellen Hasen her, und eine Linde, die war breit, auf der wuchsen heiße Fladen. Da sah ich eine alte dürre Geiß, trug wohl hundert Fuderschmalzes an ihrem Leibe und sechzig Fudersalzes. Ist das nicht gelogen genug? Da sah ich zackern einen Pflug ohne Roß und Rinder, und ein jähriges Kind warf vier Mühlsteine von Regensburg bis nach Trier und von Trier hinein in Straßburg. Und ein Habicht schwamm über den Rhein, das tat er mit vollem Recht. Da hörte ich Fische miteinander Lärm anfangen, daß es in den Himmel hinauf scheu, und ein süßer Honig floß wie Wasser voll einem tiefen Tal auf einen hohen Berg. Das waren seltsame Geschichten. Da waren zwei Krähen, mähten eine Wiese, und ich sah zwei Mücken an einer Brücke bauen, und zwei Tauben zerrupften einen Wolf, zwei Kinder, die wurfen zwei Zicklein, aber zwei Frösche droschen miteinander Getreid aus. Da sah ich zwei Mäuse einen Bischof weihen, zwei Katzen, die einem Bären die Zunge auskratzen. Da kam eine Schnecke gerannt und erschlug zwei wilde Löwen. Da stand ein Bartscherer, schor einer Frau in ihren Bart ab, und zwei säugende Kinder hießen ihre Mutter Stillschweigen. Da sah ich zwei Windhunde, brachten eine Mühle aus dem Wasser getragen, und eine alte Schindmeere stand dabei, die sprach, es wäre recht. Und im Hof standen vier Rosse, die droschen Korn aus allen Kräften, und zwei Ziegen, die den Ofen heizten, und eine rote Kuh schoß das Brot in den Ofen. Da krähte ein Huhn, Kikiriki, das Märchen ist auserzählt. Kikiriki. Ende von Das Märchen vom Schlaraffenland Gelesen von Stefan Schmelz München, 22. Februar 2006 Kaséliano Das Märchen vom Schlaraffenland Vielen Dank.